So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Keine Infofolge, keine Raid-Folge, kein Stream, keine Raids für Zuschauer, kein Community-Raid, nix mit Max Out Monday. Wir haben wieder mal ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Das ist was ganz Besonderes. Wir haben schon ewig kein Gewinnspiel mehr auf dem Kanal hier gemacht in Pokémon Go. Traditionell aber Dienstag habe ich ja, wenn ich ein Gewinnspiel hatte, immer Dienstag ein Video dazu hochgeladen, dass man dann den Rest der Woche Zeit hatte mitzumachen, um am Montag dann die Verlosung zu sehen im Stream bei Chill mit Ramses. Also, wer jetzt neu ist, was? Montag streame ich immer Chill mit Ramses ab 20 Uhr, zwei Stunden. Wir gucken da zusammen YouTube-Videos dann, chillen ein bisschen, labern ein bisschen über Gott und die Welt. Dienstag, wenn ich jetzt ein Gewinnspiel-Video also mache, läuft das eigentlich eine Woche bis zum Montag und wird Montag im Stream, Punkt 21 Uhr aufgelöst, wo jeder auch immer anwesend sein soll und muss, wer da gezogen wird und so weiter. Das ist jetzt so ähnlich, nur kann ich gleich vorweg sagen, nächste Woche Montag wäre der 24. Juni. Da sind wir im Urlaub. Wir sind vom 24. bis 28. nicht da. Wir sind im Urlaub in Donau-Wörth. Keine Ahnung, was da in der Woche so ist, ob da Pokémon-Videos kommen oder ob ich einfach wirklich mal Urlaub mache. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich kann ja mein Raid am Mittwochhemd mitnehmen und mein Laptop. Vielleicht kann ich trotzdem irgendwas unterwegs mal machen, was Kleines. Oder auch nicht, entscheide ich dann spontan. Das Gewinnspiel läuft also nicht bis zum 24., sondern bis zum 1. Der Montag darauf ist nämlich der 1. Juli, der 1.7. Und da wird das Ganze dann verlost. Live im Stream. Der 20 Uhr beginnt, aber 21 Uhr die Verlosung ist. Und mal gucken, ob ihr euch das merkt. Da wird es wahrscheinlich wieder Probleme geben. Was wird denn aber überhaupt verlost? Der NetGhost, unser Sponsor, unser Sponsor vom heutigen Video ist der NetGhost. Der hat mir dieses Bild hier geschickt. Inoffizielles EM-Pikachu Deutschland. Und hier cooler Smiley, Daumen hoch. Und ihr seht ja, er hat das auch getauscht bekommen. Hat sich das rüber hier, hat dann gezeigt. Willst du eine offizielle Verlosung inoffizieller EM-Pikachus machen? Sind made in Indonesia wegen Produktionskosten. Das fand ich auch sehr lustig. Und die sind ja nicht auf seinem Account. Aber der Account, der die hat, möchte die verlosen. Und das möchte er mir mitteilen. Und dann wollen wir euch da diesen Gefallen tun. Denn in Indonesien läuft wohl momentan noch, ich glaube es ist immer noch, keine Ahnung, läuft also wieder mal dieses Flugabenteuer. Ja, das ist ja so, oder Luftabenteuer. Luftabenteuer gab es ja schon in so vielen verschiedenen Städten, Ländern, Bereichen. Immer wieder ist dann mega Latias und Latios in den Raids dort gewesen. Sau schwer zu besiegen. Richtig doof. Aber es gab auch immer einen Pikachu mit Luftballons. Immer in anderen Farben. Und Pikachu mit einem Hemd. Immer mit einem anderen Hemd. Da gab es mal grüne Hemden, mal lilane Hemden. Ihr kennt das vielleicht alles. Die Luftballons haben auch alle möglichen Farben gehabt. Und jetzt gerade ist ja die Fußball-EM gestartet. Und jetzt in Indonesien, das Pikachu sieht einfach so aus. Das ist ein In-Game-Screenshot hier also. Dass man weiß, wie das Pikachu aussieht. Das Pikachu sieht so aus. Und das finde ich cool. Er hat auch gesagt, wenn die weißen Ballons jetzt noch ein Fußballmuster hätten, dann würde das perfekt passen. Dann habt ihr nämlich schwarz, rot, gold und Luftballons und cool. Wer also nicht in Indonesien ist, wer kein Ticket für das indonesische Fest hat, der wird diese Pikachus ja nicht haben. Ich selber habe auch keins. Denn ich kaufe ja keine Tickets. Ich kriege nur Tickets, die man verschenken kann. Und das nur für Sachen, die bei uns sind. Sachen, die woanders sind, die du nicht verschenken kannst. Kann ich ja nicht spielen. Mache ich ja nicht mehr. Ist ja egal. Geht ja um nichts. Diese Pikachus wollen wir jetzt aber verlosen an euch. Und wir haben natürlich wieder gedacht, wie machen wir das am besten? Video wie immer. Ich kann euch ja mal zeigen. Also erstens, ihr schreibt einen Kommentar unter dieses Video. Wenn ihr Bock habt, eins von diesen Pikachus zu kriegen, schreibt ihr einen Kommentar unter dieses Video. Erstens, euren Ingame-Namen, wie ihr heißt, damit man weiß, wer gewonnen hat. Zum Zuordnen dann auch. Zweitens, könnt ihr mal eine Angabe machen, ob ihr schon einen Pikachu mit Luftballons habt. Egal welches. Könnt ihr auch gerne dazu schreiben, welches ihr habt, welche Farben die haben. Oder ob ihr bisher alle habt. Ob ihr sogar schon einen Shiny mit Luftballons habt. Das könnt ihr auch mal reinschreiben. Drittens, folgt noch der Hashtag, weil jedes Gewinnspiel bisher hat immer einen Hashtag. Das war auch immer witzig. Und wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht. Ich habe ihn nämlich einfach gefragt unten, ob er noch einen Hashtag möchte. Er hat gesagt, nö, frag Adi. Der hat immer gute Ideen. Deswegen haben wir jetzt einfach hier gemacht, Hashtag nö, frag Adi. Und das ist Punkt 3. Und der muss da auch mit hin. Guckt genau, wie es geschrieben wird. Achtet auf die Großschreibung. Hashtag nö, frag Adi. Und eigentlich ist das schon alles. Und eigentlich geht das Video schon viel zu lange jetzt an der Stelle. Weil ich irgendwie total unvorbereitet bin und das gar nicht mehr wusste, wie man so ein Gewinnspiel macht. Also, wer so einen Pikachu haben möchte, schreibt hier einen Kommentar drunter. Der hat dann drei Zeilen am besten. Erstens, zweitens, drittens. Euren Ingame-Namen. Eure Info. Ob ihr schon einen Pikachu mit Ballons habt. Welche Farben die vielleicht haben. Ob da auch ein Shiny dabei ist. Einfach nur mal so, damit man ein bisschen mehr Übersicht über euch hat. Und drittens dann den Hashtag nö, frag Adi. Und das sind die drei Sachen. Dann seid ihr dabei im Lostopf. Und das Ganze wird, wie gesagt, also bei Chill mit Ramses am Montag ausgelost. 20 Uhr geht der Stream los. 21 Uhr ist die Verlosung. Aber nicht den nächsten Monat. Denn da sind wir nicht den nächsten Montag. Da sind wir im Urlaub. Den Montag danach. Also der 1. Juli. So. Und wenn ihr dann dabei seid und ihr aufgerufen werdet, weil ihr gezogen wurdet, dann kriegt ihr das. Da müssen die gucken, wer ihr seid, wie man euch erreicht. Und dann müsst ihr da mit denen tauschen. Aber das kriegen die schon hin. Und eigentlich habe ich auch gar nichts damit zu tun. Er hat mich gefragt. Ich fand die Idee ganz cool. Und ich tue das jetzt als Video für euch raushauen. Also eigentlich bedankt euch nicht bei mir, sondern bei allen anderen, die immer so coole Sachen für euch haben. Sammeln, verschenken und verlosen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Euer Ramses. Eigentlich war heute auch ein anderes Video geplant. So spare ich mir das auf. Vielleicht für den Urlaub. Dass das da kommt. Und das eben heute kommt. Bis Montag in zwei Wochen. Ciao.